Joseph Parker macht Marketing für Vivi und ist neuer VBO Heavy White Champion. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten beiden Comic Drops an, die wir sehen werden, sowie auch nochmal das Craften von Tokidoki, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Joseph Parker, ein Boxer, der unter anderem auch Vivi jetzt seit neuestem Mal als Sponsoren hat, hat tatsächlich seinen letzten Kampf gewonnen und ist damit der neue VBO Interim Heavy White Champion. Und um euch mal ganz kurz ein Gefühl dazu zu geben, wie krass das eigentlich ist, habe ich mal ganz kurz ChatGPT gefragt und das hat er mir geantwortet. VBO Interim Heavy White Champion ist definitiv ein beeindruckender Titel. Es zeigt, dass der Inhaber als einer der besten Schwergewichtsboxer gilt und sich in der Weltrangliste ganz oben befindet. Also auf jeden Fall eine Auszeichnung, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. Und umso krasser, dass natürlich auch Vivi hier Sponsor von ihm ist. Denn ja, wir haben natürlich zum Beispiel hier auch noch ein Bild von ihm, wo er zum Beispiel auch nochmal, ja im Prinzip hier auch mit einer Vivi Golden Silver Logo Cap ist. Also auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool. Überall sieht man das auf den Trikots beispielsweise auch von ihm, dass er sozusagen den Sponsoren Vivi hat. Und das ist schon etwas, wo ich wirklich sagen muss, richtig, richtig, richtig gut, wenn wir so den Einstieg auch unter anderem ins Marketing finden. Denn es ist meiner Meinung nach ein Marketing Move, den sie hier machen. Und dementsprechend, ja, vielleicht für den einen oder anderen Scheich dort auch interessant gewesen, der sich gefragt hat, hey, was ist denn eigentlich Vivi für ein Sponsor? Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Ganze noch für Auswirkungen haben wird. Und ab zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist der nächste Comic Drop, und zwar nämlich die First Appearance of Ben Reilly, The Clone of Spider-Man. Und wir haben ja Ben Reilly beispielsweise schon als First Appearance, als Collectible auf der App. Aber jetzt kommt natürlich auch noch das passende Comic dazu. Das Ganze wird am Dienstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und das Comic wird Amazing Spider-Man Hashtag 149 sein, mit einmal diesen Covern hier. Für mich persönlich auf jeden Fall, ja, aufgrund der First Appearance etwas interessant. Wenn wir uns jetzt aber nochmal die Go-Collect-Daten dazu anschauen, dann merkt man relativ schnell, ja, so preislich ist das jetzt nicht so hoch angesiedelt. Ein 9.8 hier mit 43 Grades bei 3.700 Dollar. Ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht übermäßig krass. Von daher für mich persönlich auf jeden Fall ein Comic, was man vielleicht auf dem Retail-Markt kaufen kann. Aber ansonsten den Drop werde ich wahrscheinlich selbst skippen. Kommen wir zum nächsten Comic. Und das wird die First Full Appearance of GenePool sein. Und das Ganze wird hier Harvard der Dark Hashtag 1 sein. Und das ganze Comic wird hier am Donnerstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und einmal mit diesen Covern. Und wir werden uns natürlich auch nochmal dazu ganz kurz die Go-Collect-Daten anschauen. Die sehen nicht allzu stark aus für eine 9.8 mit 722 Grades. Gerade bei 90 Dollar ist nicht allzu viel. Es könnte aber tatsächlich doch nochmal interessant werden. Kommen wir zum Crafting-Prozess von Tokidoki und hier dem neuen Dragon Girl. Denn das wird für alle Leute verfügbar sein, die mindestens einen Dragon Girl haben. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Das Ganze wird hier am Sonntag, dem 10. März um 17.00 Uhr in deutscher Zeit starten. Und wir können hier im Prinzip, wenn ihr einen Dragon Girl habt, dieses Collectible hier craften. Eine Common. Leider eine Common. Ich hätte mir hier ehrlich gesagt eine Secret Dragon gewünscht. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal die Daten dazu noch an. Das Ganze wird bis zum 24. März verfügbar sein zu craften. Und der Rest der Editions, die sozusagen nicht gecraftet werden, werden dann geburned. Insgesamt kann man hier einmal mit diesen Dragon Girls craften. Also im Prinzip alle, die wir bis jetzt auf der App haben. Und man kann hier insgesamt für 45 Gems das Ganze craften. Das heißt, ihr müsst 45 Gems im Prinzip für das Collectible bezahlen. Ich persönlich finde es etwas viel. Ich hätte mir eher so 20 Gems hier gewünscht. 45 ist doch etwas viel. Man wird auch sehen, wie das Collectible sich natürlich auf dem Secondary Market halten wird. Ich denke mal, da könnte es tatsächlich unter Floorpreis fallen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr eigentlich das Gesamte hier mitnehmt oder nicht. Ansonsten hat das Ganze hier noch eine Edition Auflage von 2000 Stück, also auch nicht allzu viel. Und die First Public Mint wird hier die 21 sein. Ich persönlich werde dir auf jeden Fall noch überlegen, ob ich das morgen mitnehme oder nicht. Schreib du mir aber, wie gesagt, unten in die Kommentare, ob du das Ganze mitnimmst oder nicht. Das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben wollen, dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend, ein schönes Wochenende. Und bis zum Ende, Captain. Ciao, ciao.